Hey Leute, hier ist Aldemar. Zurück mit Whartales. Weiter geht's. Und eine neue Runde. Wir müssen wieder zurück zur Stadt. Ja genau, der Neuentfang. Ihr könnt mich mal. Zuchthaus. Zuchthaus. Wir gehen zurück. Wir brauchen einen neuen Typen. Wir brauchen einen Dieb. Robbe. Robbe. Ich glaube wir heuern noch einen neuen an. Wer wird es sein? Wer wird es sein? Wird er ein Pferd oder auch nicht? Das ist hier die Frage. Verfassung. Gesundheit. Ich glaube ich werde aber jetzt beim Bogenschützen beim Robbe jetzt nur noch auf kritische Treffer gehen oder... Naja, wir gucken mal. Ist das jetzt eigentlich gut genug? Also Bogenschützen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr auf irgendwie. Auf bonus.de. Wir gucken mal. Ich habe ja gesagt, ich soll auch die gegnerischen Bogenschütze pinnen und ich soll mit den Lanzentypen immer auf Distanz kämpfen. Das würde mehr Damage machen, weil ich zu nah dran bin. Gut, das klingt logisch. Sollte ich mal beachten. Und wir sind im Arsch, glaube ich. Ah ja, wir müssen zelten. Zelten wir. So. Sollte keinen. Sehr gut. Was ist denn sehr schwer? 1,1,1,1,0,4. Okay, machen wir mal Wolfsfleisch. Zack. Zwei Pilze. Hm, geil. Wolfsfleisch mit Pilzen. Rasten. Wer rastet, der rostet. Ich habe noch... Ne, ich habe keine Medizin mehr. Ich habe zwei Aktionspunkte. Truppes Zufriedenheit ist 14. Also das haben sie wirklich geändert. Sie haben es quasi vermehrt. Quasi die Bonis so, dass man das besser organisieren kann alles. Genauso wie das Essen. Stromkappen. Was jetzt cool wäre... Was jetzt cool wäre, ist wenn man irgendwas erobern könnte. Wie bei Mountain Blade. Und von da aus irgendwie... Kann auch selber so Karawanen durchschicken kann, ja? Man hat zum Beispiel nur noch seine Hauptkarawane. Only. Äh, erstmal Taverne. Quest abgeben. Und wir nehmen auch was Neues, weil man weiß ja nie, ob es auf dem Weg liegt. Wir nehmen... Banditenunterschlupf. Schwer. So, ich wollte mich um Lanzen kümmern, ne? Verhandeln. Ja. Oh, ja. Äh, Tinwim. Sprechen. Ihr habt gut gezahlt. Ich komme mit euch. Wenn ihr gut zahlt, rekrutieren. Was ist es denn? Tinwim. Tinwim. Schwertkämpfer. Wir könnten sogar noch einen Schwertkämpfer gebrauchen. Oder wir haben auch gar keinen Schwertkämpfer. Warte, aber wir haben... Pekingier. Pekingier. Äh, Infantrist. Zertrümmerer. Berserker. Bogenschütze. Pony. Pony. Pony, Pony, Pony. Jo, 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 jo. Warum sind die Ponys nicht mit drin? Wie geht das denn mit dem Dieben? Wo lernen wir denn Diebeskunst? Ranus... Sprechen. Informant. Ah, okay. Noch so ne Quest. Das hier ist Dranus. Wir brauchen wenigstens einen Messerlappen, obwohl ich davon nichts halte. Krieger. Das sind so viele Klassen. Das ist cool. Aber was... Was? Dien. Diene. Sperrkämpfer. Hamel, Hamel, Hamel. Pekingier, Pekingier. Sperrkämpfer. Ähm... Stufe 3 Jagdbogen. Warte mal. Jetzt müssen wir kurz mal gucken. Rrrrrabbe! Jagdbogen Stufe 1. Jagdbogen Stufe 3. Hab ich denn das nicht schon letzte Folge ausgerüstet? So, und dann kriegt nämlich jetzt Pansen endlich einen neuen Bogen. Er hat den Befehlsbogen. Fügt 5 bis 9 und das hier macht... Schuss. 5 bis 9 und das macht 4 bis 9. Naja, sehr... Der Jagdbogen hat aber Geschick plus 4. Ja, warte. Das ist der Jagdbogen. Scheiß auf diesen Befehlsbogen. So, wie ist das denn jetzt mit dem... Also... Ich meine, wahrscheinlich lernen wir diese Diebeskunst wohl nicht hier. Wahrscheinlich... Bei den... Pennern? Der hätte ich mich jetzt nochmal schlau machen können. Wollte Holz sammeln, ne? Wollte Holz sammeln, ne? Wie viel brauchen wir denn noch? Wir reparieren erstmal. Ah, oh Gott. Ja, das mit dem Dieb müssen wir noch gucken. Irgendwann werden wir's rausfinden. Dann kommen wir nochmal zu dem Turm. Wir nehmen mal ein Pestteilmittel mit, oder? Ach, scheiß drauf. Schneelilie. Ach ja, da wollten wir nochmal hoch. Jetzt fehlt immer noch Holz. Wie viel kostet denn Holz? Ich will's aber eigentlich nicht kaufen. Das wäre ja schon echt schade. Vielleicht sollten wir aber den sauren Apfel beißen. Ne, will ich nicht. Scheiß auf Lucilia. Okay. Jetzt mal Essen. Gemüse. Essen und Gemüse. Ne? Kennt ihr den Unterschied? Das ist auf jeden Fall so. Okay, ähm... Wir können mal... Ich wollte ja eigentlich mal dahin gehen, oder dahin gehen, oder... Zum Tode verurteilt. Wir gehen mal nach Norden. Das ist ein Sägewerk. Da war ich noch nicht. Gehen. 300... Dingens haben wir so. Sägewerk. Gehen wir mal gucken. Ich spreche mal, ob das wieder was. Wir gehen mal ein bisschen plündern, habe ich gesagt. Neue Ausrüstung ist jetzt wichtig. Und wir kloppen uns höchstens mit Banditen. Aha. Ja. Mhm. Ines. Ines. Die schließe ich mir bestimmt an. Tut mir furchtbar leid, Söldner. Aber hier gibt es für euch nichts zu... nichts von Interesse. Das ist nur ein einfaches Sägewerk. Ich möchte einen bescheidenen Besitz hören. Ja, ja. Du lügst doch. Irgendwas stinkt hier. Untersuchen. Ah. Oh. Holz. Aber nur drei. Mal drei Holz. Naja, gut. Keine Quest, ne? Aber hier ist Holz. Holz! Scheint das nicht irgendwie... Ich meine, dass hier irgendwie so Holz rumliegt. Warum kann ich denn nicht irgendwie... diese so Holzhack-Tasks starten oder so? Wo man irgendwie campt und es dauert irgendwie einen Tag. Wir gehen zurück, aber auf die andere Seite, würde ich sagen, oder? Ja, dann können wir uns so das irgendwie... Wir müssen doch mal gleich dahin. Ah, hier sind diese Schneelinien. Und mir wurde gesagt, ich muss unbedingt diese Kletterhaken benutzen. Hochlager der Fährtenleser. Fährtenlesermeister Brennan. Ich bin Brennan, der Fährtenlesermeister. Unsere Bruderschaft ist mit der Aufgabe betraut, die wilden Tiere auf dem ganzen Kontinent zu bekämpfen. Erfolgreiche Jäger werden für ihre edlen, äh, erlegten Tiere bezahlt. Denn sie schützen dadurch das einfache Volk vor den Bestien, für diesen Bestien. Wenn ihr euch uns anschließt und von uns lernen wollt, müsst ihr euch zunächst in einer ersten Jagd bewähren. Jagd von Tildren. Lass die Jagd beginnen. Ihr habt die Jagd von Tildren erhalten. Kehrt er siegerecht zurück. Okay. Ich meine, kann ja ein bisschen schwer sein, ein paar wilde Tiere. Pass auf, jetzt kommt's und lass mich geraten. Schwarzer Troll? Komm, wir gehen nur ein bisschen sammeln. Super Idee. Zack. Wir sind in der Jagd von Tildren angekommen. Oh, da ist auch noch mehr. Meiner sieht das kaum, oder? Seht ihr das? Oh, ich muss Leute bezahlen. Ja, ja. Ja. Ist grad schwer. Der... Compendium. Hm. Noch nicht bekannt. Äh, gegrilltes Schweinefleisch, Schammelfleisch, Wolfswurst. Aber da steht nicht, was ich dafür brauche. Boah, ja hier, gegrillter Karpfen wäre eigentlich wichtig, ne? Das hab ich schon mal gesagt. Ah, da steht's doch. Irgendwas. Ist das Salz wahrscheinlich. Für alles brauchen wir Salz. Äh, dann haben wir die Eisengüsele-Nimmel gelernt. Ich überlege gerade. Blutung. Listet Schlitzohren. Eure gefährdet Perfektion. Ihre verbrecherische Fähigkeiten. Lernen. Die Gunst der List zu meistern. Thomas. Ihr werdet seltener von der Wache gejagt. Zuneigung. Rationierung. Ah. Eure Gefährten sind jetzt vernünftiger und rationierender Essen. Truppenbonus. Der Trupp nimmt täglich ein weniger Nahrung zu sich. Einen. Danke. Das ist... Den müssen sie aber noch anpassen. Vorher wäre das... Ja, sinnlos. Sinnvoll gewesen. Sinnlos. Äh, Zelt. Gefährten fühlen sich im Schlafen in einem Zelt... Oh, zu... Gefährdische... Einzulässiger... Rast... Ja, lol. Das sahen wir ja schon. Zelt können wir bauen. Wir haben nur kein Seil. Flamotten... Kochen... Medizin... Brandflasche... Hand... Äh... Handstreumunition. Was? Eine Bombe? Okay. Ähm... Nehmen wir mal... Sollen wir lieber warten? Soll ich lieber hier was machen? Alle Gefährten stimmen. Alle Gefährten stimmen zum Wohle aller eine Solltkürzung zu. Oh! Sollt um 10% verringert. Bam! Zum Wohle aller. Sehr schön. Zu meinem Wohl auf jeden Fall. Das ist krass, ne? Das Leben als Söldner. Das Leben als Söldner. Muss ich mir... Also... Es ist schon krass. Da musst du schon echt abgebrüht sein. Meine Sachen. Stell dir vor... Du bist... Du bist wie ein Soldat. Ja? Aber als Söldner ist ja nochmal krasser. Denke ich mir so. Dein Leben einzusetzen. Um... Für Geld... Ich meine... Gibt so viele andere Berufe... Dann... Oh! Kämpfen. Los geht's. Grafschaft hier drin. Hermentross Mannschaft. Oh! Ist wahrscheinlich ne Quest. Ich glaub wenn die... Die hatten ja auch glaub ich diesen Kopfgelddings. Okay. Jetzt sind wir wieder überall durcheinander. Hab ich recht. Ist ein... Ein angeblicher Überfall. Okay. Ähm... Scherge, Scherge. Jetzt sehen wir wenigstens mal was. Okay. Warte mal. Ihn können wir hier rüber holen. Ne. Wir tauschen... So. So. Bogenschütze. Bogenschütze. Sie haben keine Bogenschütze. Da ist ein Bogenschütze. Wie gesagt direkt binden. Machen wir das. Dann gehen wir los. Binden den mal. Und gehen auf Ablenken. Wir können den direkt umhauen. Wir haben noch 2 Punkte. Aber ich bin danach nochmal dran. Deswegen müssen wir uns die Punkte sparen. Jetzt. Pansen. Nein, nein, nein. Robbe. Entschuldigung. Pansen. Du musst noch leer an. Du bist noch nicht so fit. Noch nicht einsatzbereit für uns. Den ersten Zug zu tätigen. Sehr schön. Wie war das mit den Waffen? So ein paar Banditen kriege ich ja wohl platt. Ein weg, ne? So. Oder generell. Wie war das mit den Waffen? Ich liebe das. Wie war das mit den Waffen? Oh, ist doch nicht gebunden. Alter, wie bitte? Oh nein. Toll. Der blöde Lappen. Ah, genau, du Trottel. Bombenleger. Oh, oh. Hast du auch ein Bombenleger? Ah, ja. So, okay. Bleibt ein Radier, du musst da weg. Genau, ein Radier. Du gehst mal angreifen. Wir haben mal Platz für die anderen. Nur wegen, pass auf! Ja! Alter, scheiße. Der ist tot, sehr gut. Erst mal ablenken machen. Der überlebt das wahrscheinlich nicht, weil er Blutung hat. Sie oft 10 Millionen, oder was? Mann, ich brauch doch nur neue Waffen. Oh, oh. Der Speer. Ach, braucht gar nichts. Alter, was ist das? Ach, das ist der Boss. Holy Mist. Bitte nicht nochmal. Bitte nicht nochmal. Nein, tu's nicht! Boom. Alles. Mist. Du bist doch ein, Dick. Halt. Ah, jetzt bin ich... Ich wollte ihn doch ins Feuer stoßen. Ist er am Feuer? Nee. Das ist zum Korzen. Alter, ist das zum Korzen. Kann ich da runter? Ah, das sind Steine. Hab ich gespeichert? Ja, ich hab doch irgendwo gespeichert. Neue Runde. Okay. Oh, ja. Geil, Crit. Es ruckelt aber irgendwie auf einmal. So, jetzt müssen wir aufpassen. So. Es macht... Es... Entfährt doch alle Debuffs. Entfährt alle Debuffs. Steht doch dran. Äh. Äh. Kein Kommentar. Das habt ihr bestimmt auch geschrieben, oder? Die lassen wir mal stehen. Wir müssen jetzt mal gerade den Lappen hier wegmachen. Obwohl... Doch, ja. Wenn wir schon hier sind... Können wir jetzt mal nach oben gehen. Komm, Wolfmond. Oh Gott, ich wollte gerade sagen. Vielleicht geben wir eben doch nochmal... Auch ein Schild. Sehr schön in die Falle. So, jetzt gibt es wieder... Das ist Banane. Das ist Banane. Das ist wirklich Banane. Es... Es sind so Fähigkeiten, die schon... Es ist schon sinnlos. Guck mal, das macht er ja mit jedem Schuss. The Fun Destroyer. So. Ach ne, die können einen nicht binden. Genau. So war das. Oder wie auch immer. Das Problem ist, der brennt jetzt schon wieder. Oh, boah. Piu. Oh, boah. Oh, boah. Oh, boah. Oh, boah. Ich glaube, das hört nix. Ich glaube, das hört nix. Äh. Das war's aber jetzt. Okay, komm, wir laden. Das müssen wir uns jetzt nicht antun. Dann gehen wir nochmal weg von denen. Ich wollte auch eigentlich gar nicht. Ich wollte sammeln. Gibt Gas! Ach, das sind Schweine. Die können wir angreifen. Das ist ja lustig. Alter, wie viele acht. Das ist ja lustig. Schweine. Ich brauche Holz. Holz, 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 Holz. Okay, dann machen wir da drei rein. Panzer und die Sperrträger. Das Schweine ist als nächstes dran. Alles klar. Dann das ist das näher. Das ist ja lustig. Dann Okay. Suck! Haha! Wir gehen auf jeden Fall auf Schutz. Oh, das hätte ich jetzt machen sollen. Nein, wir werden flankiert. Haha, kann nicht. So. So, das Schwein da unten und da oben nach der nächsten Runde. Also er macht jetzt auf jeden Fall gegen die Schweine... Oh. Ha! Sehr schön. Schau, dass du mal direkt aufhörst. Ein Radia, pass auf! Eins. Wut, Wut. Wir machen mal als nächstes Tod. Das ist das nächste Schwein. Die beiden. Und der da oben. Hm. Ja. 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 Und das stürzt. Sehr gut. Rück an rücken hier. Ja. 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 Ich will mich angreifen gleich. Ja. 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 Ja, siehste, genau das war das Problem. Genau das war das Problem. Ich kann nicht mehr bewegen. Ich muss da hingehen und die Schweine ablenken. Sehr schön, er war noch, siehste, das war Absicht, das war Absicht. Oh, das ist kein Problem. Okay. Oh, das ist ein Problem. Ach, schade. Weg blockieren. Weg blockieren. Weg damit jetzt. Schluss. Und fügen. Wenn die Gesundheitsgegner unter der Hälfte sind, können sie mit den Ketten oder Seilen gefangen nehmen. Aha, bewegt eure Einheit nach, bewegt eure Einheit neben einen Angriff von den kämpfenden Feinden und versucht ihn gefangen zu nehmen. Ein Schwein? Ich hab ein Schwein gefangen. Oh, jetzt sag nicht, das ist verbuggt. Ach, da ist noch einer. Ich hab ein Schwein gefangen. Hab ich jetzt einen Keiler im Team? Blödsinn. Ich hab einen Eber im Team, ich fass es nicht. Alter, wie geil ist das denn bitte? Nein, wir heilen jetzt nix. Wir gehen wieder. Kurz speichern. Alter, wir haben einen Eber im Team. Zum Leutnant ernennen. Geil. Ist das geil, dieses Spiel. Abgefahren. Warte, kochen. Ich hab doch einen Koch gemacht. Er kann nicht, weil er verletzt ist, oder was? Egal, dann machen wir halt irgendwas. Es ist ja nicht so schlimm. Oh, das Schwein isst bestimmt viel, oder? Hm. Will der den solle oder so? Wahrscheinlich nicht. Geil. Ich speichere es schon mal ab. Alter, ist hier ein Schneesturm. Da ist noch Holz. Naja, hier ist sogar ne Bande. Okay, wir gehen wieder. Ne, 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 ne. Scheiß auf die Jagd. Scheiß auf die Jagd! So, jetzt haben wir ein Eber im Team. Läuft der auch hier rum? Also, ich sehe ihn nicht. Naja, wir haben jetzt, äh... Eber. Mal gucken, wer von euch der Eber wird. Ich sage, wir können ihn für viel Geld verkaufen. Äh, zum Tode verurteilt. Das ist... Aber hier waren wir ja schon. Ich geh nochmal runter. Vielleicht kann ich den nochmal triggern. Hab ich jetzt aber schon ein paar Mal probiert, oder? Ach, ich sollte dem die Eber-Zähne... Reißzähne will er haben. Verschlossene Kammer, Sägewerk. Die verschlossene Kammer. Aha. Was ist denn das, Diebe? So waren wir denn noch nicht. Wir waren noch nicht hier rechts. Wo ist denn Manu Heimo? Marheim, da oben. Ach so, äh, ich muss erst mal hier aufhören, liebe Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei, äh, War Tales. Und bis dahin wie immer. Haut rein, Leute. Und bis dahin wie immer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020